Holy shit, Horn wasn't fucking kidding. It's actually down in Trejo. Willkommen zu Far Cry 6. Und zwar hat das Spiel gestartet. Ich hab zwischendurch mal Port gespielt. Und jetzt, wo ich das Spiel gestartet habe, kam ein Anruf von Fran, dass ich mich mit Daniel Trejo treffen soll. Ich bin auch schon ein Stück gefahren jetzt. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann, wenn ich da bin. Ich weiß nicht, warum einer jetzt Englisch redet, aber wir sind da. Jetzt muss ich independent mir. Ich will hier doch mal antworten. Was ist hier? Nichts. Alles abgefackelt. Holy shit. Juan was in fucking kidding. It's actually Danny Trejo. You must be Rojas. Juan said you'd come. I've heard great things about you. But first things first. We're both named Danny and that'll get awkward. So I'm Trejo and you're Rojas. I'm here because everything good that has happened to me has happened as a direct result of helping someone else. I wanted to feed Trejo's tacos to the hungry, but the army pulled a search and seizure. Those jerks tossed my stuff everywhere. So I stabbed one in the neck nine times, then another one four and a half times, and then another one. Now I need to get those ingredients back before those fools show up again. But I'm all tied up here prepping my kitchen. So if you can find my pineapples, meat and salsa, I can make tacos and then we can get our sweet revenge. Aha. Er braucht Hilfe. Thanks, homie. I won't forget this. Remember, pineapples, meat and salsa. It's the most lethal taco combo there is. Sammle taco-fleisch. Sammle die frischen Ananas. Sammle die ausgemachte Salsa. So, yeah. Let's do it. Hey, Trejo. Just wanted you to know that I'm a big fan, Holmes. Juan told me all about you. And Libertad. You've got guts. Gracias. I'm a big fan of yours too, man. I've lost count of how many times I've seen heat and desperado and machete. Thanks. But those are movies. You're fighting in a revolution. That's real life and death stuff, homie. Can't argue with that. You know, my chest tattoo is a fighting charra from the Mexican Revolution. Got it done in prison using a needle with thread wrapped around it. Melted into a toothbrush. Very painful, homie. I believe it. And all the pineapples. Tooth fresh. That's good. Nice thing. Come on. Projas Estrejo. I've been meaning to ask. What's your story? You grow up here? Got family? Si. Esperanza. No family, though. Orphanage. Then military dropout. Then the street. Did you spend any time in the joint? Nah. No hard time. Good for you. I did time in every pin in California before I finally saw the light. Yeah. I saw you interviewed on TV about that. Prison is where God puts you on time out. And hopefully you can turn your life around. Well, you definitely turn yours around, Trejo. That's right. I like you, Ross. Oh. Oh. Jetzt ist es im Wasser. Bravo. Oh ja. Guten Tag. Ich will die Kiste eigentlich haben, aber ne. Lassen wir das lieber. Oh. 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 Da inschiere. Even Bad O. Oh! Boaz. Tief Join. Boaz. Dief. Why? Aber, the way is easy. Wacht. Wacht. The way we did. Tschüss, Boulevard. Das hat nicht alles in der Tasche, oder was? Ah, wenn ihr wollt, könnt ihr alles durchlesen. Hey, you coming or what? Huh? Oh, so. Thanks for helping me find my ingredients on. You did me a favor. I never forget a favor. No problem, man. You got everything you need now. Yeah. Just need to cook these babies up. Feed them to the hungry and add this new recipe to my cookbook. I'll be right here, Druid. Time to get cooking. It's Taco Tuesday. Pretty sure it's Friday, man. Once you try my tacos, you'll realize every day is Taco Tuesday. I love food. If I didn't work out, I'd be 400 pounds. Attention. This is the Minister of Food, Import, Export, Distribution and Firearms. Oh, no. Not this fool again. One taste of my tacos and now he won't leave me alone. I'm planning to give my troops to shut down your illegal business and seize all your tasty tacos. Give yourself up and leave to see another day. I can't stop now. This requires my full concentration. Hold them back while I cook. I got you, Trejo. Okay, what do you want to do? Okay, what do you want to do? They're going to be on us any minute. They're ready for the攻撃. It's crazy. was Was ist das? 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 Danke schön! Ich bin okay! Geht es weiter! Geht es weiter! Ich bin okay, man. Hey! Ich bin okay! Geht es weiter! Geht es weiter! Ja, ich sehe das. Okay, that's it. I'm coming in. If you want something done right, you have to do it yourself. Jimmy. Bingo! All this for fucking tacos? There's nothing out there. I see you, taco-terroristas! I see you! I'm not leaving until you're busted! And I get what I came for! What are you talking about? My tacos! What are you talking about? I need you to deliver my tacos to the people while they're still hot. There's nothing worse than a cold taco. You're not coming? I can't. Gotta watch this joint in case those jerks come back. Take the keys to my ride. It's in the garage. I marked the drop-off spots on the map. Thank you. No, thank you, Rojas. I'd say good luck, but I don't believe in luck. I believe in karma. You do good and you get good. You do bad and you get bad. Yeah, for sure. I'll get these tacos delivered hot and on time. It's in the garage. Bingo. Now that's a fucking bike. What? Just like I always say. The better you are, the more good shit happens to you. You're a good person, so you get good things. Und du bist ein Humanitarier-Badass. Danke, Trejo. Also, du gehst nach Hause? Halleluja, Wayne. Dara, ich brauche meine Hilfe. Ich habe diese Kabine genannt Lola. Sie hat mir gesagt, dass die Militär ein paar wirklich gefährliche Weapons entwickeln. Ich mag das nicht. Okay, ich muss mit Lola gehen. Hey, wir sollten wieder ein Team sein. Trejo und Rojas, der Sequel. Oh, ha, 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 ha. Man, you don't even have to ask. I'm down any place, any time. Seriously, I'm your number one fan. Homie. Okay, all right. Just be cool. You're the real hero out here, homie. Right. Yeah, of course. Stay safe, Trejo. Hey, du tabier, Rojas. Oh, das war's schon. Und ich habe jetzt dieses Bike hier, oder was? Ein paar Zeug auf einsetzen. Geil. Probieren wir es gleich mal aus, oder? Oh, das ist das sicher, okay? Susso,ét hier. Ah ja. initially, mit dem ist man. Jetzt ja head. Humann. thi Jesus! Oh, das ist ja ein Bock Center. Oh, das ist ja so schnell geholt. Oh, ein Panzer. Scheiße, 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 scheiße. Dann bin ich down, durch den Panzer. Ach, jetzt bin ich wieder hier, muss bauen. So, gucken wir mal auf den Weg, was wir als nächstes haben. Ich hätte doch was von irgendeiner Frau erwähnt, die man treffen kann. Notizbuch. Machen wir mal wieder eine Schnellreise. Hä? Nach Ort einer aktiven Mission ist das. Waffen. Die Missionen werden nicht angezeigt, so. Das wäre die nächste Mission. Aber wir können eine Schnellreise hier hin machen. Da stand doch irgendwas. Lola, habe ich doch gelesen eben, oder? Habe ich da jetzt eben gelesen? Lola. Ähm. Da ist die. Da hinten. Ich habe ein Problem, Guerrero. Ja, später. Erstmal zu Lola. Du solltest du... Von dir, Trejo, also immer erzählt. Er meinte, du... Schwarzmarkt. Verdienen dir Moneda ohne exklusive Gegenstände vom Schwarzmarkt. Und in dem sollen seine Einsätze abschließen. Da kriege ich die industriellen Platinen her. Ja, kannst du das auch mal wegmachen da unten. Ah, hier kriege ich die ganzen Sachen her. Ja, was kriegt man hier? MP5, Ostfront, Scharfschützengewehr. Ne, Spaß. MGL. Und das. Da kriege ich die Platinen für ein... Ich glaube, für ein Schalldämpfer. Aber kostet 150. Freie Wahl, freie Meinung, freie Parias. Ein Jahr frei von Castillos. Das sind die Vierseite. Na gut. Dann da hinten zu dem, was 800 Meter entfernt ist. Da gehen wir als nächstes hin. Aber bis dahin... Machen wir erstmal eine Pause. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein.